Salam, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen, chilligen, gemütlichen Runde Mist Survival mit dem 05 Update. Wir müssen dringend was trinken und essen. Ich war jetzt mal so frei und hab die Kisten unten alle eingeräumt und da zwei Schränkchen hingebaut. Ich glaube, ich stelle da unten jetzt einfach immer Schränke hin, sodass wir da alles reinstopfen können, damit wir nicht immer hier hochlatschen müssen. Dann gehen wir nur hier hoch zum Schlafen und um hier ein paar Sachen rauszuholen, vielleicht die ganz wichtigen Sachen wie Munition und so weiter, können wir hier lassen. Alles andere unten. Jetzt müssen wir mal gucken, ob unsere Revolver Munition ist. Die war hier zum Beispiel. Jawohl, die Äpfel hatten wir ja gesagt, das kannst du eh vergessen, das schaffen wir nicht mehr. Ja, das war Karabiner, Hunting Rifle, Pistole. So, den haben wir ja, aber uns fehlt immer noch was, um die blöde Werkbank aufzuwerben. Da waren wir ja stecken geblieben, ne? Denn wir brauchen diese dusselige Kiste, die wir nicht kriegen. Da gehen wir gleich nochmal bei unseren Kollegen da hinten gucken, ob wir die da vielleicht doch nochmal kriegen, wer weiß. Hunting Rifle, überall fliegt hier Munition rum. Hunting Rifle. Dankeschön. 42 Schuss mittlerweile, ey. Hier noch was? Nein, aber das sind unsere zwei Zahnräder. Und unten hat man, glaube ich, auch noch zwei. So, Hunger, Durst. Sollte erstmal reichen. Zur Not können wir gerade hier unten noch was holen. Siehst du, hier habe ich die zwei hingestellt. Da ist sogar noch was drin. Gib mal her. Das hier ist Karabiner. Und Hunting Rifle. Natürlich. Na, Scott, wie geht's? Das sind die beiden anderen. Durst könnten wir hier nochmal, aber essen haben wir hier nichts, ne? Nein. Karabiner, Hunting Rifle. Das ist alles leer. Da können wir wunderbar. Wunderbärchen. Haben wir eigentlich den Kanister haben wir noch bei. Dann tun wir gerade mal hier jetzt das Benzin rein. So, fill the tank. Nicht, dass wir den wieder irgendwo vergessen. Ich bin auch blöd, ne? Ich will auch hier. Einhalt cancel. So. Warte, die hat. Fill the tank. War schon richtig. War schon richtig. Hast du wieder schlau gemacht, Eder. Aber jetzt ist es im Auto. Und wir müssen nicht, ähm... Die ganze Zeit... Gucken, dass wir den nicht irgendwo vergessen. Weil wenn wir ihn vergessen, ist es nicht so schlimm. So, lass mich mal hier raus. Na gut. So. Wir könnten nochmal so langsam anzeichnen. Wo wir, ähm... Gucken wir mal hier Dingens auf der 2, ne? Genau. Und damit komme ich besser zurecht bei den Kollegen. Ist immer dasselbe drin. Ist immer dasselbe drin. Aber trotzdem gucke ich nach. Weil ich halt gerne, ähm... Jupp. Noch Schränke bauen möchte und so weiter. So. Und wir brauchen halt immer noch den Käse da. Damit wir an die anderen kommen. Das regt mich so auf, weißt du? Jetzt haben wir mal zwei Äpfel. Da musst du nicht meinen, dass hier irgendwie, ne? Oh, die sind nicht respawned, die zwei? Interessant. Auch eine Pistole liegt hier rum, ne? Hast du gesehen? Da oben drauf, da schwebt sie. Oh, das soll mir recht sein. Pencil. Jetzt dachte ich, die sind hier respawned. Wir können die mal umhauen. Cola, Beefcan und Cola. Dann machen wir das so. Pass auf. Wir müssen ja eh noch was essen, ne? Damit war genug. Hunger haben. Hier, Hunger aufgefüllt. Ich find's lustig, dass er das aus diesem Karierten hier rausholt. Das ist ganz lustig, aber... Opsach, wir sind voll hier. Und Rucksäcke. Wir müssen unbedingt noch Rucksäcke finden. Das ist ganz wichtig. So, da hattest du ja auch gesagt, wenn ich Tipps brauche, wo welche sind, raus, raus. Darfst du gerne, ja? Schreib's einfach in die Kommentare. Wer das nicht möchte, der... Muss ja nicht lesen, ne? Ich nehm die Hilfe gerne an. Wir müssen uns jetzt auf die Suche nach. Die Militärkisten machen. Ohne die geht nämlich gar nichts. Super gefahren, Ede. Oh, mein Gott. Ich glaub, wenn du hier die Folgen seit Anfang an guckst, dann weißt du, warum Ede keinen Führerschein hat. Das ist lebensgefährlich. Das lassen wir mal lieber. Das hier verstehe ich auch nicht. Da ist nichts. Da ist einfach nur nichts. Warum bleibt man da hängen? Ich krieg echt... Da werde ich wahnsinnig. So, wir werden jetzt mal in das grüne Haus hier gehen. So, wie viel Filter hab ich denn? Ach, die sind schon natürlich wieder da, weißt du? So, wie war das nochmal mit dem Filter? Mit I oder was? Skill, Equipment... Ach, haben wir viel an. Geil. Diesmal. Ein paar Tage nicht gespielt, schon hast du wieder keine Ahnung mehr. Mit T. Okay. Aber wir haben keine Filter. Dann lass mal gucken, wie viel der Filter hier hat. 99 Prozent. Okay. Dann mach mal Türe auf. Hallo. Komm, lümmel nicht. Sehr gut. Oh, wir nehmen mal, ja? Dankeschön. Wo ist der Nächste? Da kommt noch einer. Hallo. Oh, wie viel ist noch drin? Alter. Nur Kacke. Nur Kacke. Nur Kacke. Leder. 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 Ductape. Davon brauchen wir auch ein paar. Das muss ich mir merken. Was ist das? Boost. Oh, nicht wirklich. Alter, geht das schnell weg. Die kriegen wir nicht auf. Was haben wir hier drin? Ne, braucht man nicht. Wenn hier nicht mal was Vernünftiges drin ist. Alter, wie viel Leder ist denn hier drin, wenn ich fragen darf? Wie viel Leder ist hier bitte drin? Holy moly. Wir wollen uns auf jeden Fall schon mal einen Köcher bauen. Junge, Junge, Junge. Bau. Proceed. 40%. Das wird eng. Juhu. Juhu. Okay. So, was schmeißen wir raus? Die Kartoffel schmeißen wir raus. Und die Kartoffel schmeißen wir raus. So. Mal her. Mal her. Alter. Kein Wunder, dass es so leckt, ne? Wo sind die Filter? Da sind Filter. Sehr gut. Kriegst du auch nicht aufgehoben. Dann schmeißt die raus. Ah, wir haben echt zu wenig Platz hier. Ja, sehr clever. Hallo. Zieh an. Zieh an, du Pfeife. Ich hätte gerne in den Filter gewechselt. Alter, ist der dumm. Nützt nichts. Ein Filter haben wir genommen, oder? Ein Filter haben wir. Das ist gut. Da müssen wir das gerade alles wegbringen. Weil das lasse ich definitiv nicht liegen. Viel zu schön. Viel zu schön das Zeug. Wird alles hier reingeräumt. So. Perfekt. Haben wir da Platz. Auf da. Die Sachen einräumen. Ah, es ist, weil wir so viel, ähm... Dankeschön. Das hier. 9 Millimeter. Okay. Weil wir so viel, ähm... Hier Loot-Respawn gemacht haben. Und weil wir so viel Leder da eingesammelt haben, ne? Brauchen die alle Einzelne? Nein, die sind gestapelt. Okay. So, wenn ich jetzt nochmal T drücke. Null. Jetzt müsst ihr den eigentlich nochmal wechseln, ne? Alter, willst du mich verarschen? Jetzt zieht er die schon wieder aus. Aber gerade so. Gerade so. Wo ist das denn hier? Bin ich echt so blöd? So. Ach, Tee halten, ich Idiot. Oh, Mann. So. Mais weg. Neun Filter. Haben wir irgendwie... Aber das bringt halt nix, ne? Das bringt halt nix. Da liegt nochmal Munition. Okay. Da auch noch. Ist alles so eng. Ja, immerhin haben wir viel Munition bekommen. Die musste natürlich auch. Klar. Ist ja sonst zu einfach, ne? Haha. Sehr gut. Gerade habe ich noch drüber geredet. Schwupp, haben wir einen gefunden. Hammer, haben wir. Pencil ist mir egal. Aber okay. Es ist natürlich gefährlich. Wir haben natürlich wieder keinen, ähm, Dings bekommen. So. Äh. Keine von den Kisten. Das ist ein bisschen doof. Aber kann's halt nicht ändern. So. Der ist voll. Den kannst du jetzt mal ausziehen. Den brauchen wir hier nicht. Das ist leer. Da hinten ist noch eins. Hallo? Kann man das auch machen hier? Hallo? Okay. Jetzt sind wir natürlich tot, wenn zwei kommen. Wieso kommen da jetzt zwei? Immer nur einer? Jetzt zwei. Alter. Ah. Guck. Gut, dass wir einen leer gemacht haben. Gut, dass wir einen leer gemacht haben. Und Pistole ist kein Problem. Die, äh, lag ja sowieso da hinten, ne? Ich hab einen gehabt. Der Trinkkanister ist jetzt auch nicht so wild. Wir hatten vorher alles weggeräumt. Ui. Okay. Ist natürlich dämlich, ne? Genau dann kommen zwei. Aber jetzt ist Leben wieder voll, oder? So gut wie. Alles klar. Auf geht's. Joggen. Ja. Das war ein unnötiger Tod. Aber sowas von. Der wär 1a vermeidbar gewesen, wenn wir nicht die ganze Zeit so da rumgegimmt hätten mit der Gasmaske. Aber wir müssen die halt killen, weil die wohl am besten diese blöden Militärkisten droppen. Nur bei uns halt nicht, ne? Jagd nach der verlorenen Militärkiste. In Mist Survival 0.5. So. Türe noch offen. Ich hoffe, die Tür ist noch offen. Äh, nö. Ist das normal? Ist das normal? Ich dachte, das ist verloren. Warum schwebt das da rum? Warum schwebt das da rum? Dann haben wir ja nichts verloren. Umso besser. Soll mir recht sein. Hallo. Ganz schön lecky, muss ich sagen. Salz. Kannst du mal behalten. Die kann... Die können wir nehmen. Der eine ist hier hochgegangen, ne? Und der andere hängt da hinten. Nee, hängen beide da. Aha. Aus der Hüfte, du. Aus der Hüfte. Essen kannst du nehmen. Nochmal essen. Was anderes ist mir egal. Jetzt nur schnell durchsuchen. Munition oder halt die Kiste mit. Was anderes brauchen wir gerade nicht. Es geht wirklich nur um diese Kiste. Das nehmen wir gerne mit. Munition geht immer. Da auch. So. Subi, dubi. Da schon wieder. 50 Cal. Alter, wie viel davon? Wie viel? Wir haben so viel Munition dafür. Bin mal gespannt, wenn wir die mal zusammen kriegen. Wie die abgeht. Die kann man hinten aufs Auto montieren. Das interessiert mich echt. Richtig, richtig krass. Richtig, richtig krass. So, nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. Tut mir auch ein bisschen leid, dass wir immer und immer wieder dieselben Häuser looten. Aber es gibt halt keine anderen. Letztes Mal haben wir oben die gelootet. Jetzt sind wir wieder in der Stadt. Das ist dann, wenn man einmal runde rum ist, halt so ein bisschen blöd. Wir haben hier die Häuser, die haben wir gelootet. Jetzt sind wir wieder hier, da oben bei der Stadt. Dann haben wir hier die paar. Wir haben das Holzwerk. Da könnten wir vielleicht beim nächsten Mal gucken gehen. Hier hinten ist irgendwie noch gar nichts. Da wird noch gebaut. Und dann hast du halt hier und da ein paar. Bin mal gespannt. Weichhölzer kannst du mir auch geben. Immerhin haben wir jetzt schon mal zwei Plätze mehr. Alles leer. Alles leer. Neues Messer. Das kannst du hier hin tun. Der Rest ist egal. Nix, nix, nix. Weichhölzer. Sehr gut. Oben irgendwas hier. Nein. Kiste im Vorratsraum. Weichhölzer haben wir was zu essen. Nix. Da waren wir. Kannst du hier aufmachen. Müsste eigentlich, wie viel haben wir? 9.45. Da müsste eigentlich gleich wieder das Nebel-Event kommen. Pain-Killer kann man nehmen. Peace for relieving pain and fevers. Fieber haben wir nicht. Das ist wieder der Reifen. Was ist das? Machete. Zum hundertsten Mal. Und der ist leer. Alter, warum ruckelt das jetzt so hier? Warum? Hier ist dann mal wieder... Der Ballermann in der Kiste oder auch nicht. Aber dann können wir gerade gucken, ob hier vielleicht irgendwo Kiste drin steht. Aber wenn immer dasselbe Zeug am selben Punkt spawnt, dann sollte hier nirgendwo diese Militärkiste spawnen. Das ist halt leider so. Das ist richtig kacke. Um es freundlich auszudrücken. Hier auch. So. Noch einsammeln den Rest da. Ich weiß nicht, wie viele das immer sind. Echt doof. Echt doof. Schau mal hier. Die schon wieder. Wie viel können wir die anziehen? Zehnmal dieselben beseinander. Gehen wir mal hinten an das andere grüne Haus. Wir brauchen Zombies. Ich nenne die jetzt einfach Zombies. Keine Ahnung, was sie sind. Die haben ja keinen eigenen Namen, glaube ich. So. Also merken. Mit T anziehen. T gedrückt halten. Neuen Filter rein. Aber wir haben gerade keinen Filter hier, oder? Nope. Machen wir die hingetan. Hier rein. Tausch mal. Dann haben wir auf jeden Fall noch einen Ersatzfilter. Das ist mir lieber hier. Nochmal neu nehmen. Und bevor. Wieder da stehe. Und er sagt. Du hast keine Waffe in der Hand. Hallo. Hier wieder schnell. Eine klatscht, ne? Ah. Ha. Yes. Sehr gut. Okay. Das reicht mir. Wir fahren nach Hause. Dann können wir nämlich jetzt endlich aufwerten. Und dann können wir das Sniper Rifle bauen. Reparieren. Wie auch immer. Und dann können wir uns mal dran machen, die anderen zu retten. Und auch mal langsam ein bisschen Mauer zu planen und so, ne? Weil das sind auch unsere großen Aufgaben. Die Mauer hier drum herum bauen. Rum. Und. Da haben wir das hier drin. Mauer hier drum herum bauen und die anderen Leute retten. So rum. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Alles klar. Sehr gut. Wir machen am besten direkt hier noch einen daneben. Wir können immer weiter Schränke bauen, glaube ich. Immer weiter. Scott haben wir ja Gott sei Dank schon. Increase, decrease, distance. Warum kann ich den nicht hier dran bauen? Jetzt auf einmal geht's. Wirst du? Mal geht's. Mal geht's nicht, ne? Das ist auch so. Okay. Vier Stück brauchen wir. Vom Scrap. Haben wir natürlich nicht. Haben wir das hier. Nein. Alles voll mit Munition. Alles voll. Aber okay. Fishing Line. Kannst du hier rein tun. So viel wie geht. Die beiden kannst du mir geben. Dann haben wir die vier nämlich oben. So. Sehr gut, ey. Sehr gut. Endlich haben wir die Kiste. So. Hier unten waren die beiden anderen, ne? Nein, waren sie nicht. Wo sind sie denn? Wo sind sie hingetragen? Hier rein. Da rein haben wir sie getan. Sehr gut. So. Wir haben die vier Zahnräder. Wir haben die Kiste. Perfekt. Perfekt. Jo. Da brauchen wir jetzt nur noch 15 Scrap. Die kriegen wir auch noch irgendwie zusammen. Die liegen ja überall rum. Was kann hier hin? Erstmal. Bleib hier. Bleib hier. Ups. Weg damit. Weg damit. 15 Scraps. 15 Scraps. Wie sie eigentlich aus Essen, Trinken passt. So, gucken wir mal, wo das Zeug hier alles rumliegt. Was ist das hier? Da liegt das Zeug alles rum. Ach, der ist ja auch noch hier, ne? Da ist nix. Da ist nix. So, liegt hier noch Scrap rum? Natürlich. Sehr gut. Das liegt ja gerne hier, ne? Außer jetzt, wo wir es brauchen. Wie haben wir jetzt? Breie. Gut. Hier noch irgendwas? Hier ist das echt offen. Ich will nochmal überlegen, ob hier das Tor oder hinten. Na, hier kann das Auto schlecht durchfahren, ne? Das ist echt eng. Entweder oder. Müssten wir gucken. Müssten wir gucken. So, gehen wir hinten nochmal ein bisschen sammeln. Aufpassen. Kein Bein brechen oder so. Da habe ich keine Lust drauf. Scrabbity Scrap sammeln. Scrabbity Scrap sammeln. Ach, ist das schön. Ich freue mich richtig, dass wir die jetzt endlich gefunden haben. Die blöde Kiste. Wie gesagt, die droppt echt am besten von den, äh... Von den Zombies da. Genau, Bürostuhl. Mhm. Hier irgendwas. Da ist noch was. Da ist noch was. So, da hinten liegt noch was. Sehr gut. Hier irgendwas. Sieht nicht so aus. Das ist auch nichts mehr. Da ist noch ein Seil. Okay. Noch ein Seil. Noch ein Seil. So, wie viel haben wir jetzt? Acht, zehn. Wir brauchen 15 oder 16, ne? Das werden wir hier wieder nicht finden. Garantiert. Dann müssen wir nochmal losfahren. Nach vorne. Aber ist halt so. Oder wir finden noch irgendwas hier unten in unseren Schubladen. In unseren Schränken. Das könnte natürlich auch sein, ne? Das könnte natürlich auch sein. So. Gucken wir mal. Oh, ich glaub's nicht. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Und hier ist sowieso nichts drin, ne? Ne. Und... Ne. Der braucht noch vier Stück zum Bauen. Vergiss es. Jetzt wird erstmal... Da das Zeug geholt, damit wir... ... unsere Bergbank aufwerten können. Denn wir brauchen endlich das Sniper Rifle. Oh. Ja. Genau. Ohne Sniper Rifle... ... geht's nicht weiter. Iiiiitsch. Lustig, wie weit der rutscht, ne? Hihihihi. So. Hier überhaupt was? Ich glaube nicht. Hunger, Durst, Pipi kalt. Immer dasselbe. Mann, Mann. Warum ist denn hier kein Scrap, ey? Hier war was. Und es ruckelt ganz schön, muss ich sagen. Aber... ... das liegt an mir. Weil ich hier halt... ... so viel ineinander gespawnt habe. So. Jetzt haben wir 24 sogar. Das sollte reichen. Ich immer E drücke. Ich will immer zuerst den Motor anmachen. Und mach dann nur die Tür auf. ... so. Sehr gut. Haha. Perfekt. Perfekt. Wiii. So. Rein hier. Was machen? Zack. Auf geht's. Ba-bam. So können wir. Jawoll. Proceed. Immer gerne. Na-na-na-na-na-na. Na-na. Ach, ist das schön. Yes. Ist das schön. So, wir haben Level 3 jetzt hier. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich alle Waffen machen, ne? Interact. Waffen. Jawoll. Shotgun könnten wir dann auch, ne? Wir brauchen 16 von den, äh, Komponenten. That's a lot. Da haben wir sogar noch einmal Fleisch. Ui. Burn. Ist verbrannt? Aber nicht so aus. Da ist nix. Da ist nix. Doch, hier ist das kaputte Gewehr. Aber das ist nicht so schlimm. Äh, hier liegen keine Komponenten. Da liegt nur Fleisch und so. Und Animal Guards. Gut. Schmeiß mal wieder aus. Zehn. So, 16. Okay, wir haben es. Alles klar. Passt. Das passt. Haben wir jetzt das Gewehr? Hier, ne? Nicht die Handschuhe, sondern hier. So, können wir das jetzt reparieren? Zeigen es mal. Jawoll. Raft yourself. Perfekt. Perfekt. So, was brauchen wir jetzt hierfür noch? Nochmal 16. Und den anderen. Ich meine, den haben wir ja hier, ne? Können wir mal gucken, ob wir nochmal 16 zusammen kriegen. Dann brauchen wir aber auch wieder Komponenten, weil wir dann gar keine Komponenten mehr haben. Kriegen wir. Dann haben wir noch eine Komponente. Aber dann haben wir beide fette Waffen. Craft yourself. Sehr gut. Du musst das immer selber machen. So, jetzt kannst du mir mal die 1 geben. Dann gehen wir hier rein. Holen wir den Ballermann raus. Nehmen den Ballermann. Und wir nehmen den Ballermann. Dafür kommt die raus. So, die Waffe kann hier rein irgendwo gestopft werden. Genauso wie die Seile und das hier. Ja, Ballermann, bleibt mal hier. Ist das geil oder ist das geil? Wir haben eine vernünftige Schrotze. Wir haben eine vernünftige Schrotze. Jawohl. Sehr gut. Also dieses Haus merken, wo wir die Kiste raus haben, ne? Da habe ich bisher immer eine rausgekriegt. Hat zwar zwischendurch mal was gedauert, aber... Immer eine bekommen. So, Hunting Rifle. Lass mal alles zusammensuchen. Wo ist das Hunting Rifle? Da ist der. Guck, der hat noch einen. 30 Prozent. Sehr klar. Hunting Rifle. Karabiner. Nein, danke. Hier noch irgendwo. Hunting Rifle. Überall nur Hunting Rifle, Hunting Rifle, Hunting Rifle. Aber... Soll mir recht sein. Da sind auch noch ein paar. Da sind die Tomaten noch. Die müssen wir auch unbedingt mal anpflanzen. Da ist nichts mehr. Unten hatten wir noch jede Menge, glaube ich. Ach, ist das schön. Endlich. Endlich. So, das hier ist Karabiner. Das ist Hunting Rifle. 52 Schuss. Wird immer besser. Hunting Rifle. Nochmal 20 Stück. 64. Alter. Und 8. 72 Schuss schon. That's a lot. That's a lot. Und hier haben wir nochmal was, ne? Oder? Da. Da. So. Das heißt, 76 Schuss. Juhu. Juhu. Okay. 3 ist Messer. 4 ist jetzt, ne? Geil. Ist das geil oder ist das geil? Juhu. Snipern wir los, oder? Geil. Gefällt mir. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Gut. Also, damit können wir jetzt natürlich die nächsten Lager ausräuchern. Ich hoffe, du bist da mit dabei. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zum nächsten mal. Untertitelung des ZDF, 2020